Und das sieht auch nicht lecker aus, das duftet vielleicht gut, aber das sieht nicht lecker aus, so ein Eintopf da. Soll ich das noch in der Umarmung sagen? Ja! Schön, okay. Ja. Mach's saufen. Nee, soß und soß, soß, soß. Warte, warte mal. Ja, warte, jetzt passt's. Jetzt haben wir, lauen, 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 wir können. Ja, jetzt passt's. Wir können. Ja, aber er hat doch den ersten Satz. Ist doch egal, dann sag ich ihn, wenn ich mich von dir gelöst habe. Ja, aber es wäre so schön, wenn du mir ins Ohr flüstern würdest. Komm, links von ihm. So? Nee, auch scheiße. Jetzt reicht's richtig zusammen. Ja, machen wir ja schon. Achtung, und bitte. Alles Gute zusammen im 60. Ich hab's extra nochmal gelesen, und jetzt sag ich's falsch. Ein Paddel. Weil, weißt du, mit dir Witze zu erzählen und zu spielen, ist scheiße, weil du jede Pointe versaust. Du bist gemein, aber steht doch... Ist so. Wie haben wir's denn von... Ein Paddel, dein Paddel. Ein Paddel? Dein Paddel. Komm doch mal, jetzt spann dich doch nicht so auf die Folter. Ja, was willst du mir erzählen? Ich habe ein kleines Geschenk für dich vorbereitet. Das Paddel von Thomas Kalu? Mit der Witz geht's so. Ein Paddel, dein Paddel. Ich hab ihn so lieb, dein Kleinen. Ich hab ihn so lieb, dein Kleinen. Ja, sag's halt. Ich denk mal, ich bin dran. Ja, denk nicht so viel. Sag's halt. Kann man mal eine Pause machen? Nein. Nein. Anja. 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 Vielen Dank.